Hier ist der ohne und der hat da Schalterprobleme, man kann nämlich seinen Sensor nicht mehr oder jetzt geht's doch wieder, man hört's aber manchmal dann nicht mehr aus Wie meinst du, dass wir es rundherum so zitieren? Ich hab' diese Plastikschublade von der Weißmaschine mit der Flex aufgespült Ich hab' den ganzen Tag verkauft, ich hab' den ganzen Tag Ich hab' den ganzen Tag Ah, wir sind mal vorgegangen Hey, warte mal, das war gleich, das ist nicht Dieser, das ist nicht so, oder? Ja, das ist nicht nur, oder? Schau, ich hab' den ganzen Tag Komm, lass mal vergessen, natürlich, die Hand Ich bin doch noch nicht anders. Hallo! Die ist der Retrepper! Also, ich bin doch schon wieder. Ja, ich bin schon wieder. Das war aber etwas... Ich bin schon wieder auf dem Gebäude der Fettbewerber. Da war schon ein bisschen. Ich habe einen Rettbewerb für dich. Aber wir müssen auch so darum Flieffern und so weiter tun. Da sind wir auch noch ein paar Gedanken. Das ist der Flucht, oder? Ja, das ist der Flucht. Dass man es durchdrückt und es hinten hinten bleibt, kann es eigentlich nicht passieren. Aber da auch zum Beispiel natürlich... Das ist doch arm wie es liegt und da muss man da schon ziemlich fest drücken. Oh, danke. Oka, recuperst du wohnst? Oka, der da noch gut ist, oder? Wir nehmen Lachstil. Scheiße. Was, ist das andere, dass das andereivi? Danke. Schreie Das ist so, wie wir jetzt gehen, wenn es so ist, das sieht man ja. Das ist so großartig. Nein, ja. Das ist schon so, dass wir nicht aufkommen. Wenn wir in der Selle das mal aufsetzen können, dann können wir den Schlechtern annehmen, den man mal vorhin bestättern kann. Ja. 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 Ja.